Das ist so tolle Bastelzeit und heute da gucken wir uns noch mal das Thema 2FA an. Insbesondere Fido1, U2F beziehungsweise Fido2 ist im BWW durch Webout Nrecht verbreitet, diesmal allerdings eher im Fokus auf OS. So, haben wir jetzt genug Abkürzungen? Gut, dann schalten wir wieder ein Niveau zurück und versuchen das Ganze ein bisschen verständlicher zu halten. Früher, da war Authentifizierung, also das Anmelden an irgendetwas, bei IT-Systemen eigentlich recht klar geregelt. Man hat einen Benutzernamen und ein Passwort. Prinzipiell ist das okay. Hat allerdings ein großes Problem. So ein Passwort, das kann man verlieren. Einer kann über die Schulter schauen. Es kann passieren, dass einige Leute es aufschreiben und rumliegen lassen. De facto, andere Leute können drankommen und wer an so ein Passwort drankommt, der kann dann halt vorgeben, die ursprüngliche Person zu sein und im Prinzip all das machen, was die Person auch kann. Das mag für unkritische Dinge akzeptabel sein. Heute sind aber Digitalgeräte ja oft so tief in unser Leben eingedrungen, dass man an vielen Stellen doch ein ziemliches Problem bekommt, wenn sowas passiert. Weil keiner möchte, dass das Bankkonto geplündert wird oder jemand mit dem privaten Mailkonto seinem Chef eine sogenannte nette Nachricht sendet oder gar halt Zugriff auf die private Bildersammlung da erlangt und am Ende die gegen Geld dann auf diversen Seiten im Netz dann anbietet. Alles nicht so dolle. Wenn man das verhindern will, dann kommt 2FA zum Einsatz. Das ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Denn das Benutzernamen-Passwort, was wir bisher haben, das ist nur ein Faktor, der sogenannte Faktor Wissen. Ich weiß das Kennwort. Dazu können wir jetzt einen anderen Faktor nehmen. Zum Beispiel besitzen oder sein. Fangen wir mal mit sein an, weil das ist relativ schnell erklärt. Das nennt man häufig Biometrie. Wird zum Beispiel bei Smartphones sehr gerne eingesetzt. Fingerabdruck, Gesichtserkennung, Iris, Venen, you name it. Der Vorteil, der liegt auf der Hand. No fun intended. Es ist sehr komfortabel. In der Kamera zu schauen oder einen Finger auf eine Fläche zu legen, das ist selbst für Laien doch meistens machbar und man hat es halt immer dabei. Letzteres, das ist aber auch so die große Schwäche von diesem ganzen Bereich. Überall hinterlässt man seine Fingerabdrücke. Überall werden Kameras aufgehangen und hochgehalten. Dieses Sein zu stehlen oder zu reproduzieren, ist also alles andere als unmöglich. Und naja, ein Passwort, wenn das irgendwie rauskommt, das kann ich wechseln. Einen Fingerabdruck oder ein Gesicht zu wechseln, das klingt für mich dann doch eher kompliziert. Biometrie ist also entsprechend meiner Meinung nach nur etwas für ohnehin sichere Bereiche, wo man einen möglichst hohen Komfort erreichen möchte. Sehen andere offensichtlich auch so, denn so ein Handy, das lässt sich zwar biometrisch entsperren, aber wenn man zum Beispiel neu startet oder das Ding manuell sperrt, dann will das Ding dann doch zwingend nochmal den Wissensfaktor sehen. Also PIN, Muster oder Passwort. Bleibt dann noch das Besitzen. Das ist ein bisschen größeres Themenfeld, aber ich denke, jeder kennt da ein Beispiel, nämlich die gute alte Debit- oder Kreditkarte von der Bank, da hat man zwei Faktoren. Ich muss die Karte haben, wo der Security-Chip drauf ist und ich muss die PIN wissen. Theoretisch gibt es Ähnliches auch im IT-Sektor, aber Hand aufs Herz, die Anzahl von Leuten, die Chipkarten wie GPG-Cards, X509-Karten oder eben auch den elektronischen Personalausweis nutzen, die ist aktuell doch sehr überschaubar. Stattdessen haben sich oft andere Dinge durchgesetzt. Die unsicherste, das ist so eine Art Besitzen-Leid, weil es ist eigentlich kein richtiges Besitzen. Darunter würde ich zum Beispiel zählen, wenn der Anbieter euch per E-Mail oder per SMS einen Code schickt zum Einloggen. Ja, das ist mehr oder weniger ein zweiter Faktor, aber naja, man weiß halt nie, wer greift gerade alles auf die E-Mails zu, wer kann gerade alles die SMS lesen. Das ist jetzt nicht unbedingt so doll sicher, also eher so eine Krücke. Stattdessen, da haben sich oft Apps für Smartphones durchgesetzt. Die gibt es dann in zwei Varianten. Die eine, das ist, wenn der Hersteller selber eine App bereitstellt. Die ist komplett selbst entwickelt. In meinem Fall ist das nicht, denn die laufen oft nur auf Geräten, denen ich jetzt nicht unbedingt vertrauen würde. Außerdem sind die genutzten Techniken in den meisten Fällen nicht frei verfügbar. Das heißt also, als Außenstehender hat man gar keine Möglichkeit zu überprüfen, ob diese App überhaupt sicher ist, ob der Aufbau am Ende tatsächlich geeignet ist, das Ding abzusichern. Hat dafür einen Vorteil? Komme gleich zu. Die andere Variante, das ist TOTP. Timed One Time Pad. Hierbei, da spuckt das Handy oder was auch immer man da gerade hat, einen meist sechsstelligen Zahlencode aus. Wenn man sich auf einer Webseite anmeldet, muss man diesen Code holen, da einmal eintippen und ist dann angemeldet. Recht bekannt ist hier zum Beispiel der Google Authenticator oder eingeschränkt auch der Microsoft Authenticator. Das Ganze ist dabei ein offenes System. Das heißt also zum einen, ich kann hingehen, kann nachgucken, diese ganze Technik hinten dran. Ist die denn wirklich so vom Konzept her überhaupt sicher? Und zum anderen heißt es, das Ganze ist auch untereinander kompatibel. Das heißt also, ich kann auch zum Beispiel bei Google hingehen und mich mit einem Code anmelden, den ich über den Microsoft Authenticator erzeugt habe oder auch direkt selber hingehen und eine eigene App mir aussuchen oder gar selber entwickeln, mit der ich diese Codes generiere. Am Ende liegt der Vorteil auf der Hand. Naja, ich habe eine App für alle Dienste, die es unterstützen und muss nicht für jeden Dienst eine eigene App installieren, hinterherziehen, hoffen, dass sie auch noch demnächst kompatibel ist und dann läuft, wenn ich sie brauche. Ein weiterer Trick, diese Zahlen, die sind nur für so ungefähr 30 Sekunden lang gültig. Wenn also jemand jetzt die Zahl mitliest, dann hat er nur ein sehr eingeschränktes Feld, wo er das tatsächlich nutzen könnte und das würde auch eher auffallen, wenn er das tut. Ist also nicht möglich, wie beim Passwort mitzulesen, sich das aufzuschreiben und hey, nicht in zwei Wochen weil man in den Account rein will, dann nutze ich das halt. Leider hat das Verfahren aber auch ein paar Nachteile. Zum einen, es ist nicht gerade komfortabel. Ich meine, hey, es ist zumindest besser als das, was manche Banken so veranstalten, aber trotzdem, man muss das Handy dabei haben, es muss geladen sein, die App muss gerade funktionieren, man muss diese Zahl händisch abtippen. Das ist alles nicht so dolle. Ein zweites Problem, was sicherheitstechnischer gegebenenfalls kritischer ist, als der Punkte, warum viele von den Anbietern halt eigene Apps anfangen zu basteln, ja, es gilt hier mehr oder weniger ein Dienst, ein Code. Auf dem Handy steht dann zum Beispiel nur, okay, das hier ist der aktuelle Code, wenn du dich bei der Bitbank anmelden willst, aber es ist nicht möglich, irgendwas transaktionsbezogenes zu machen. Das heißt also, ich kann nicht hingehen und einen Code machen, der sagt, hier, dieser Code, der ist für eine Überweisung an ABC und der gilt dann auch nur für ABC. Das heißt, selbst wenn jemand da den Rechner irgendwie gerade cybert und Trojaner drauf hat, in Wahrheit im Hintergrund an XYZ senden will, dann würde der Code für ABC nicht gehen. Sowas wäre transaktionsbezogen. Das ist, wie gesagt, bei TOTP leider nicht möglich. Kommen wir also nach dem ganzen Geschwafel mal zum eigentlichen Thema, nämlich Fido Sticks. Fido, das steht für Fast Identity Online, ist einfach ein Zusammenschluss von Leuten, die irgendwie mal so dieses Authentifizierungsding ein bisschen anders lösen wollten. Und ja, die können das Transaktionsproblem leider immer noch nicht lösen, aber es ist zumindest ein bisschen komfortabler und halbwegs gegen Abhören geschützt. Das ganze System ist ein offener Standard. Entsprechend gibt es das in verschiedenen Formen und Varianten. Meistens in Form von irgendwelchen Sticks. Das heißt also, man hat dann klassisch was mit USB-A hier, USB-C. Es gibt sie mit irgendwelchen Lightning-Steckern. Teilweise haben sie NFC, dass man die drahtlos hinten ans Handy dran halten kann oder bei Laptops, die sowas haben. Und heck, wenn einem das Ganze nicht passt, dann kann man sich sogar selber irgendwas zusammenbauen. Okay, vielleicht mit CPU. Es gibt auf jeden Fall dutzende Möglichkeiten, an etwas ranzukommen, was da kompatibel ist und den eigenen Wünschen und Anforderungen entsprechen kann. Diese Dinger zu benutzen, das ist auch relativ einfach. Und zwar, man holt das Ding einfach, meldet sich auf der Webseite ganz regulär an und dann wird das Ding die Webseite sagen, hier gib mal deinen Key. Den steckt man dann einfach ein und je nach Modell muss man dann noch mal berühren zum bestätigen oder nicht. Ja, wir sehen ja hier, der hier hat zum Beispiel nichts zum Berühren. Der hier hätte was zum Berühren. Hier diese kleine Fläche hier hinten. Und so kann man dann sich auf der Webseite anmelden. Vorteil liegt auf der Hand. Man muss auf jeden Fall nichts mehr abtippen. Ist auf jeden Fall deutlich besser als vorher. Und naja, mir persönlich gefällt das hier auf jeden Fall deutlich besser. Einfach weil ich hier das Ding an meinen Schlüsselbund dran machen kann, dann mitnehmen kann. Oder halt wie hier den zum Beispiel auch dauerhaft eingesteckt lassen könnte. Und ja, wenn wir dann hier hingehen und hier zum Beispiel unseren blinkenden Key haben, können wir den dann so jederzeit benutzen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Am Ende ist es natürlich so ein bisschen Geschmackssache. Denn ja, ob man jetzt sein Handy oder einen Schlüsselanhänger die ganze Zeit mitschleppen will, gibt es unterschiedliche Meinungen zu. In beiden Fällen hat man aber immerhin den Vorteil, dass man einen zweiten Faktor hat, der halbwegs gesichert ist. Denn der Schlüssel, der genutzt wird, der ist im Handy drin, wenn man dem Ding vertraut, in hier den Dingen drin, wenn man den Dingern vertraut. Und ja, fliegt halt nicht irgendwie auf einem PC rum, der eventuell halt von einem Virus befallen werden kann, wo sich jemand anmelden kann und da Passwörter oder Dinge klauen kann. Und das ist halt mit Sticks oder Handys immerhin nicht möglich. Gut, wir haben jetzt gesehen, wie einfach man DSOF-Webseiten benutzen kann. Allerdings, die Webseite muss es unterstützen. Um rauszufinden, wer das alles kann, da gibt es zum Glück eine wunderschöne Webseite. Das ist DongleAuth.com. Das ist von einem der Hersteller, die sowas hier bauen, solche Sticks. Und da kann man sich dann durchklicken und gucken, wer wo was dann unterstützt. Relativ bekannt zum Beispiel bei Social Media. Facebook kannst, Twitter kannst und machst du, dann sehe ich jetzt nicht, aber kannst auch. Ansonsten, alles, was man so selbst hostet, das heißt also zum Beispiel in die Nextcloud oder sowas, die können das ebenfalls. Und bei Zahlungen, PayPal hat da auch Support. Zumindest in einigen Ländern. In Deutschland funktioniert es. Ansonsten, alles, was Google hat, ist auch ein relativ guter Kandidat. Und ja, so kann man sich dann durch die Webseiten durchangeln. Heute soll es aber eher darauf gehen, was man noch damit machen kann. Und zwar außerhalb von Webseiten, bei Systemen selber. Bei Windows sieht es meistens so aus, dass Sicherheitsschlüssel zwar ab Windows 10 unterstützt werden, benötigt aber Azure Active Directory, dass die ganze Domäne muss also mehr oder weniger mit der Cloud verbunden sein oder da liegen. Dann klappt das Ganze, ist aber dann eher was für Admins. Mit etwas Glück geht es auch über Windows Hello. Soweit ich aber sehen konnte, wird ein normales Heim-User-Windows da wohl nicht unterstützt. Bei Linux, da sieht es schon etwas besser aus. Da gibt es nämlich zum Beispiel PAMU2F und damit kann man sich dann bei seiner Linux-Kiste mit so einem Stick hier anmelden. Das wird also unser erster Punkt sein. Kann man entweder für die Anmeldung selber benutzen oder zum Beispiel auch für solche Sachen wie Sudo, dass man sich normal am Rechner anmeldet. Aber jedes Mal, wenn man Sudo benutzen möchte, muss man nur noch tippen und nicht jedes Mal sein Kennwort eintippen. Und wo das Ganze auch funktioniert, das ist bei aktuellen Open SSH-Versionen. Das heißt also, wer sich auf fremdes Server anmeldet, der kann auch da hier solche Sticks nutzen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit PAMU2F an. Ich habe hier ein Arch Linux. Entsprechend nutze ich hier auch die Arch-Wiki. Die ist für sowas ja immer gut. Also schnappen wir uns eine Konsole und fangen direkt mal an. Das Erste, was wir machen müssen, ist natürlich das Paket installieren. Für Arch Linux gibt es da ein fertiges Paket. Das geht da relativ flott. Für Debian und Ubuntu sind auf der Webseite, von Ubico, auch ein Hersteller von solchen Keys, entsprechende Befehle gelistet, wie man die Installation per Hand machen kann. Ich werde mich hier an den Standard halten. Der ist nur für einen User gedacht. Aber da ich alleine die Geräte benutze, sollte das passen. Das heißt, wir legen uns erstmal hier diesen Ordner an. Ordner Ubico. Okay, tun wir nicht. Der existiert wohl schon. Das kann sein, weil ich hier für diese Ubikeys, also die Keys von diesem Hersteller, die Konfigurationstools drauf habe. Deswegen. Und das einzige, was wir machen müssen, ist hier einmal zu sagen, hey, ich hätte gerne den Key. Also U2F Config Output Pam und diesen Key, den schreiben wir dann in die Datei herein. Was man hier machen sollte, das ist Hostname ersetzen gegen den eigentlichen Namen vom PC. hat einfach den Hintergrund, dass in Netzen der FQDN sich ändern kann. Ihr kennt es vielleicht zu Hause, wenn ihr zum Beispiel eine AVM Fritzbox habt, dann heißt euer Netz oder eure Geräte, zum Beispiel hier badpx.fritz.box. Wenn ihr dann woanders hingeht, dann heißt es plötzlich badpx.firmenname. Gibt es Local noch? Ihr versteht schon, worauf ich hinaus will. So, wenn ich jetzt die Enter drücke, passiert erstmal nichts Sinnvolles. No U2F Device Available. Eventuell sollte man also eins einstecken. Also nehmen wir uns mal den Key, stecken den hier entsprechend rein und führen den ganzen Befehl nochmal aus, weil ich jetzt zu langsam war. Und wir sehen jetzt hier, er möchte gerne die PIN haben. In meinem Fall habe ich die bereits vorher festgelegt. Da ist etwas, wo ihr gucken müsst, was euer Hersteller sagt. Wir sehen, es blinkt jetzt hier. Ich berühre ihn einfach mal und Programm ist fertig. Okay, diese PIN ist etwas, da müsst ihr mal gucken. Je nachdem, welchen Hersteller ihr nutzt, gibt es da verschiedene Tools, um die zu konfigurieren oder ihr bekommt eine mitgeliefert. Je nachdem. So, wenn wir jetzt hier gucken, er ist fertig und wenn wir in die Datei reingucken, dann sehen wir, da ist entsprechend ein, was auch immer, ES256 ist. Das ist wahrscheinlich irgendeine kryptographische Methode. So, jetzt gibt es hier verschiedene Dinge, die man machen kann. Zum Beispiel Passwordless Sudo. So, hier gibt es jetzt die Warnung, dass man vorher eine Rootshell sich öffnen soll, für den Fall, dass was schief geht. Ist jetzt für mich nicht so ein Problem. Was wir aber machen sollten, das ist zu gucken, was denn hier in der Sudo-Datei drin steht. Und zwar die in pam.d. Hier steht nämlich drin, was denn alles so genutzt wird. Wir können entweder die normalen Authentication Session oder Account Sachen nutzen, die von System her bekannt sind. Was wir jetzt hier machen, das ist zusätzlich zu sagen, okay, für die Authentifizierung reicht es auch aus, wenn Pam U2F sagt, das ist okay. Dahinter ist dann auch noch mal der Hostname angegeben. Das ändern wir natürlich dann wieder, dass der hardcoded ist und uns nicht irgendwie abhanden kommt. Und das können wir jetzt speichern. Dann können wir jetzt einfach gucken. Holen wir mal ein neues Terminal. Und machen mal Sudo, was weiß ich, LS schräger. Please touch the device. Und wir sehen jetzt hier unten, es blinkt fleißig vor sich hin. Wir tippen. Und schon haben wir jetzt ein Sudo ausgeführt, ohne dass wir hier irgendwas machen müssen. Das heißt, so kann man dafür sorgen, dass man bei Sudo zum Beispiel kein Passwort mehr braucht. Aktuell ist es so, dass beides funktioniert. Das heißt also, wenn ich jetzt hier meinen Key rausziehe und machen wir nochmal eine neue Sitzung hier auf. Sudo LS schräger. Dann sehen wir, er fällt jetzt zurück und lässt mich auch das mit einem Passwort machen, wenn halt kein Gerät eingesteckt ist. Das kann man ausschalten, indem man entsprechend in dieser Datei dieses hier ausschaltet. Das heißt also, die Authentifizierung über System Authentifizierung können wir hier auch abschalten. Pam, das Plugable Authentication Framework, das ist dabei auch relativ flexibel. Wenn wir hier nämlich mal reingucken in den Ordner, da gibt es jede Menge Sachen. Wir hatten jetzt ja das nur für Sudo umgestellt. Wir können das aber auch für viele andere Sachen machen. Zum Beispiel Passwort Änderungen und i3-Log zum Beispiel in dem Fall hier für den Bildschirmschoner. So kann man im Prinzip einstellen für alles, was man so nutzt. Soll U2F verfügbar sein oder nicht. Das Größte, was es gibt, wenn man das machen möchte, ist System Auth. Das sind die System Authentifizierung. Das ist im Prinzip die Authentifizierung für alles. Hier sind zum Beispiel solche Sachen auch hinterlegt, wie die ganzen Sachen, wenn man das Passwort falsch eingibt, dass der Account dann für eine gewisse Zeit gesperrt wird und solche Späße. Das ist alles hier drin und theoretisch kann man hier auch U2F hinzufügen. Dann könnte man sich im System komplett damit anmelden. Man sollte sich dann aber auch im Klaren sein, gerade wenn man die anderen Sachen rauswirft, wie ein Passwort Login, dass das dann sehr davon abhängig ist, dass dieser eine Key funktioniert. Das heißt, wenn man wirklich Sachen hat, wo man darauf angewiesen ist, dass es klappt, sollte man mehrere Keys hinterlegen. Mit dem Befehl, den wir eben hatten, können wir in diese Datei auch mehrere reinschreiben und die dann alle nutzen. Je nachdem, was gerade greifbar ist. Zum Beispiel auch interessant, ich hatte ja eben gesagt, dass es die mit verschiedenen Anschlüssen gibt. Ich möchte das aber nicht. Ich möchte nur das mit dem Lockscreen hier haben. Das heißt, ich kralle mir einmal hier die Zeile, füge die hier ein und das Ganze machen wir jetzt nochmal mit Sudo, weil keine Rechte. So und ab hier dem Moment kann ich jetzt auch meinen Bildschirmschoner entsprechend entsperren. Dann können wir mal gucken, ob das funktioniert. Machen wir den mal hier rein. Also ich sperre mal meinen Bildschirm. Das gibt jetzt Chaos, weil er mit dem Bildschirm nicht umgehen kann mit der Auflösung. Und das testen wir jetzt einfach mal. Wenn ich jetzt hier tippe, klappt eigentlich die Kennworteingabe. Wenn ich aber einfach nur in der Zeichen mache und nur in Enter drücke, dann kommt hier Verifying. Er blinkt und wenn ich drücke, tada, wir sind angemeldet. Ist jetzt nicht ganz so schön, weil halt i3-Log auf Passwörter ausgelegt ist. Aber immerhin funktioniert es. Und genauso auch hier im Übrigen. Wenn ich jetzt den Stick rausziehe hier. Wieder sperre. Dauert immer einen kleinen Moment, weil er diesen Bildschirmkram macht. So. Wenn ich jetzt das hier mache. Leertaste Enter. Dann sagt er hier. Nö. Ist falsch. Und wenn ich mein Kennwort eingebe. Dann entsperrt er. Okay. Ich würde sagen. Funktioniert. So können wir also auf jeden Fall schon mal unseren lokalen Kram hinbekommen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal eine Stufe weiter. Und zwar sagte ich ja schon. SSH soll bitte auch noch. Und an der Stelle da muss ich da einen Stern dran machen. Denn es gibt zwei Arten, wie diese Sticks genutzt werden können. Zumindest mal die großen. Die eine Methode. Das ist die klassische. Das ist der GnuPG Agent. Das heißt, wir konfigurieren im Prinzip auf dem Stick GPG. Und leiten von diesem GPG Schlüssel dann ein Key ab. Das ist ein ganz normaler RSA-kompatibel. Müsste das glaube ich sein. Das heißt, der funktioniert so ziemlich überall. Klappt auch. Ist allerdings, wie gesagt, ein Zwischenschritt. Und nicht mehr ganz State of the Art. Die aktuelle Methode, das ist direkt mit FIDO2 die Authentifizierung zu machen. Haken an der Sache. Dafür braucht man mindestens Open SSH in der Version 8.2. Wenn man sich mit irgendwelchen Linux-Servern verbindet, wird das wahrscheinlich langsam der Fall sein. Eventuell, wenn man irgendwelche Stable-Systeme von Debian oder so hat, dass es da noch nicht drauf ist. Aber bei allen anderen Systemen ist das wahrscheinlich schon gegeben. Was nicht funktioniert, das sind allerdings Verbindungen zu vielen Sachen, die ja kein klassisches Linux-System sind. Also sowas wie Embedded-Geräte, Router, Switche, Appliances und Co. Die können mit sehr großer Wahrscheinlichkeit hier mit nichts anfangen. Tja, bisschen schade. Aber müssen wir halt erstmal mit leben. Wie wir sehen können, man macht hier einfach ganz regulären SSH-Keygen. Und der generiert einen, in dem Fall hier ED25519-Key. Allerdings Minus-SK-Security-Key. Das heißt also, da läuft das dann drüber. Wir sehen auch, standardmäßig werden die so generiert, dass man das Ding berühren muss, wie ich das eben auch gemacht habe. Das kann man über dieses Oh-No-Touch-Required auch ausschalten. Muss man dann für sich selber entscheiden, ob das okay ist oder nicht. Wobei auch der Server sagen kann, ich nehme nur Dinge an, wo wirklich einer was berührt hat. Einfach um sicher zu gehen, dass da nicht der Key gefunden wurde und jetzt da von jemandem seltsam benutzt wird. So ein Security-Key soll halt die Sicherheit verbessern und nicht verschlechtern. Ich möchte Touch, also konfigurieren wir das auch so. Das heißt, stick mal wieder in den USB-C-Port rein. Und dann generieren wir uns damit mal gleich hier einen Key. Zack. Enter PIN for Authenticator. You may need to touch your Authenticator. Wir sehen hier auch, es blinkt wieder. Das heißt, wir berühren eine Runde. Und jetzt fragt er, wo soll das hinspeichern? Ganz regulär. Eventuell auch mit einer Passphrase, wenn man das haben möchte. Und am Ende bekommt man hier sein Fingerprint und die Info, wo der Public Key liegt. Und den hier, den kann man entsprechend dann mit Copy-ID zum Beispiel auf ein Zielsystem kopieren. Das heißt, Identity-File. Das hier. Und dann hier zum Beispiel auf einen Test-Server. Wir sehen, ist jetzt hier kopiert worden. Und ab jetzt kann ich mich hier anmelden. Probieren wir das mal. So. Confirm Presence. Wir sehen, es blinkt. Ich tippe einmal und User Presence confirmed. Ich bin angemeldet mit dem entsprechenden Key. Das waren dann jetzt so ein paar Ideen, wie man sich das Leben mit so einem Stick einfacher machen kann. An die Anzahl der Passworteingaben etwas reduzieren kann. Am Ende ist so ein Security-Stick natürlich keine Garantie, dass gar nichts mehr schief gehen kann. Aber es ist zumindest ein weiterer Puzzlestein, den manche Leute, die Böses im Schilde führen, dann vor der Nase haben. Und dann eventuell oder hoffentlich nicht in euren Account reinkommen. Ja, ich nutze hier diese Sicherheitskeys inzwischen seit fast zehn Jahren und finde es ehrlich gesagt deutlich praktischer, als damit irgendwelchen Apps rund zu hantieren oder Zahlen abzutippen. So oder so. Der Login klappt jetzt hier auch, ohne jedes Mal irgendwelche Passwörter einzugeben. Zumindest solange der Stick halt eingesteckt ist. Und ich denke, damit tut das Ding dann auch, was es soll. Das Ding dann sicher, dass wir erst mal bist. So. 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 Vielen Dank.